Moin Moin und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal Schwungvoll und Grüße aus Kuppenhagen vom ID.Buzz Media Event. ID.Buzz Cargo und den ID.Buzz in der People Variante, die beiden Fahrzeuge, die könnt ihr in anderen Videos auf meinem Kanal bestaunen. Heute soll es aber um etwas ganz anderes gehen, nämlich wie die Fahrzeuge hier vor Ort unter anderem geladen werden. Und das ist ein bisschen Werbung in eigener Sache, denn ihr wisst, dass ich bei Elli arbeite und wir vertreiben unter anderem die sogenannte FlexPool. Ja, die FlexPool ist ein mobiler CCS HPC Charger mit einer eingebauten Batterie. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Wir reden jetzt über die FlexPool. Die erste Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum nennt sich das Ding denn FlexPool? Ja, das ist natürlich, weil das eine flexible Ladesäule ist. Sie bietet im Prinzip ortsunabhängig die Möglichkeit, Fahrzeuge mit zweimal 150 kW zu laden. Wobei, eine kleine Einschränkung gibt es da. Sie bietet 150 kW rechts, 150 kW links. Im Mix aber, also wenn ihr beide Fahrzeuge angeschlossen habt, beide Chargeport nutzt, dann kann sie 250 kW als Ausgabe bringen. Das heißt, 125 kW pro Fahrzeug sind dann möglich. Aber das tatsächlich komplett ortsunabhängig. Denn die FlexPool, die hat einen eingebauten Akku. Und der Akku, der hat eine Größe von 193,5 Kilowattstunden. Und das reicht ungefähr für, ich sag mal, mittlere Akkus fast viermal aufzuladen. Ihr kommt ja nie mit 0% irgendwie an so eine Ladesäule. Ihr habt ja immer noch ein bisschen drin. Und das reicht dann also, ich sag mal, für vier ID.3s mit dem mittleren Akku. Wenn es jetzt ein Tesla ist, ein großer, dann sind es dann auch nur zwei Ladungen. So ist das eben in der heutigen Welt. Da kann ja nie genug Strom vorhanden sein. Und dann ist so eine FlexPool, beziehungsweise der Akku, der dort drinnen verbaut ist, auch mal schnell leer. Aber das ist eben auch das Flexible an so einer FlexPool. Es ist ja nicht nur möglich, das Ding einfach in der Pampa hinzustellen, auf irgendeinem Festival, auf irgendeiner Bundesgartenschau, wo sie schon standen. Sondern ihr könnt, und das seht ihr hier unten, das ganze Ding auch an Strom anschließen. Und das ist das wirklich Gute an dieser FlexPool. Sie hat einen ganz normalen Stromanschluss. Ihr braucht jetzt hier keine Tiefbauarbeiten vorzunehmen und so weiter. Denn der Strom, der da reingeht, das ist tatsächlich konventioneller 400 Volt Anschluss. So wie ihr einen Herd anschließt, so wie ihr tatsächlich zu Hause auch eine Wallbox anschließt. So wird auch eine FlexPool angeschlossen, ganz normal an das 50 Hertz Netz. Ja, Akku habe ich eben erwähnt. Es handelt sich hierbei um einen 193,5 Kilowattstunden Lithium-Eisenphosphat-Akku. Das heißt, das ist natürlich kein Lithium-Ionen-Akku. Er ist flüssig gekühlt. Er kann im Winter aber auch beheizt werden. Das heißt, selbst bei Tiefstemperaturen ist die FlexPool in der Lage, im Winter zum Beispiel für Strom zu sorgen. Und dadurch, ja, ich habe schon gesagt, ist es besonders flexibel. Oben, ihr hört es vielleicht, ist der Lüfter drin. Das heißt, jetzt hier in Dänemark, wir haben es jetzt gerade noch erst 22 Grad, aber da fängt auch die FlexPool auch schon so ein bisschen an zu pusten. Und dass sie eben den Akku, der drin ist, auf die ideale Temperatur immer dauerhaft hält, sodass auch die Lade-Performance an den beiden HPC-Auslässen maximal so bedient werden kann, wie es der Fahrer eines Elektroautos erwartet. Und nicht, dass er irgendwann hier an so eine FlexPool kommt und die gibt nur 40 kW von sich. Wäre ja auch Murks, ne? Ja, FlexPool, flexibel, habe ich eben schon mindestens tausendmal erwähnt. Was macht das Ganze denn so flexibel? Unter anderem seht ihr unten die Aufnahmen hier. Ihr könnt sie ganz normal mit einem Gabelstapler aufnehmen und dann auf einen Tieflader laden. Wenn ihr keinen Gabelstapler habt oder das Gelände ein bisschen unwegsam ist, dann habt ihr obendrauf auch die Möglichkeit, mit einem Kran die FlexPool anzuheben. Und dort dann eben diese 2,7 Tonnen mal eben auf einen Tieflader zu setzen und dort hinzubringen, wo ihr sie eben braucht. Oder ihr stellt sie gleich dem Vorstand auf seinen Parkplatz, damit er auch endlich mal elektrisch fährt. Ihr seht die Front des Touchscreens hier unten einmal als 10 Zoll. Da könnt ihr zum Beispiel nachgucken, mit wie viel Power wird denn jetzt gerade geladen. Ist der A oder der B hier gerade in Benutzung? Und ihr habt hier oben tatsächlich einen 43 Zoll Screen drin, auf dem eure eigene Werbung zum Beispiel läuft. Wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Tankstellenbetreiber seid oder so, dann könnt ihr hier zum Beispiel die Werbung für Motoröle machen. Ich habe gehört, so etwas braucht man als Autofahrer. Des Weiteren, Konnektivität. Einmal natürlich LTE verbaut in der FlexPool, aber ihr könnt ihr das Ganze auch mit einem Ethernet-Kabel verbinden. Also über eine ganz normale gängige Internetleitung, wenn ihr es wollt. Wie gesagt, also LTE ist vorhanden. Bezahlt wird dann entweder über RFID, das hier über den Touchscreen, der hat dann auch die RFID-Erkennung. Oder eben tatsächlich auch per Kreditkartenterminal hier, das seht ihr. Damit kann man auch die FlexPool als Zahlungsmittel, also nicht die FlexPool, sondern die Kreditkarte als Zahlungsmittel für Ladevorgänge hier nutzen. Und das, was ihr hier unten seht, das ist besonders hier in der Dachregion besonders wichtig. Das sind sogenannte geeichte Zähler, die eben auch nachweislich dann zeigen, dass der Strom, der hier angezeigt wird, dass er in euer Auto geflossen ist, auch wirklich ins Auto geflossen ist. Eichrecht nennt sich das Ganze und gerade in unserem Behördenstaat Deutschland möchte man so etwas dann auch unbedingt haben, weil man muss ja wissen, dass man das bekommt, für das man auch bezahlt. Höhe 2,20 Meter, Breite 1,20 Meter und hier Länge oder Breite, so wie ihr es sagen wollt, 1,30 Meter. Damit habt ihr ungefähr Palettengröße. Das heißt, die FlexPool, die kann man wirklich richtig schön auch auf eine Palette stellen und kann das ganze Ding dann eben so verfrachten und dahin verfrachten, wo man möchte. Aber braucht ihr prinzipiell nicht, weil, habe ich euch eben schon gezeigt, er hat Aufnahmen für den Gabelstapler und kann somit halt auch über Gabelstapler ganz schnell irgendwo hingebracht werden. Aber ich wollte es euch mal eben gesagt haben. Übrigens, wir haben darüber gesprochen, dass die FlexPool einen Akku integriert hat, 193 Kilowattstunden und dass er extern geladen werden kann. Das seht ihr hier unten. Das heißt, wenn das Ding jetzt gerade in der Pampa steht und ein bisschen Infrastruktur vorhanden ist, könnt ihr natürlich kontinuierlich den Akku, wenn er leergezogen wird, da haben wir gelernt, 250 kW, wenn er beidseitig betrieben wird und 150 kW unter Einzellast, dann könnt ihr den natürlich kontinuierlich wieder aufladen. Im besten Fall, da hängt nicht ständig ein Auto dran und er hat so immer einen guten Füllgrad. Mit wie viel kW aber, wenn 250 kW rausgehen, kann ich den denn laden? Und ja, da kann ich euch sagen, ihr könnt ihn halt über 16 Ampere, 32 Ampere oder sogar 64 Ampere anschließen. Dementsprechend dick muss das Kabel sein, denn das sind mal eben Ströme von, das kennt ihr vielleicht, 16 Ampere, das sind 11 kW, die reingehen. 22 kW, das sind die 32 Ampere und 64 Ampere, das sind dann 40 kW Ladeleistung tatsächlich, also die Flexpol wird dann wiederum geladen mit bis zu 40 kW. Ja, und wem die ganzen Zahlen nichts sagen, das ist einfach zu verstehen. Im Prinzip ist die Flexpol ein Hochdruckreiniger, das heißt, hinten raus kommt ordentlich Druck, 150 kW. Okay, aber was reingeht, das ist nicht mehr als wie das von einem Gartenschlauch. Und wenn der Gartenschlauch jetzt direkt an den Hochdruckdüse angeschlossen ist, dann habt ihr vielleicht kurzfristig ein Erfolgserlebnis, dass kurzfristig ein hoher Druck vorhanden ist, aber der hält nicht lange an. Also müsst ihr in irgendeiner Form das Ganze zwischenpuffern und beim Hochdruckreiniger ist es dementsprechend ein Wasserspeicher, der immer gefüllt ist und somit den Druck aufrechterhält. Und hier bei der Flexpol ist es eben der integrierte Akkuspeicher hier, die schon ungefähr 100 mal erwähnten 193 kWh. Also so kann man sich das vorstellen. Und wie gesagt, das, was hinten reinkommt, das ist der Gartenschlauch im Sinne von 11 kW, 22 kW oder tatsächlich auch bis zu 40 kW. Okay, 11 kW, das ist das, was ihr zum Beispiel an jedem Haushalt übrigens anschließen dürft, ohne dass ihr sogar in irgendeiner Form den Netzbetreiber informieren müsst. Ab 22 kW muss ihr informiert werden, aber wie gesagt, die Flexpol ist eben flexibel, was das angeht. So, das ist sie also, die flexible Ladelösung von LED Flexpol. Wenn ihr mich jetzt nach einem Preis fragt, nein, den kann ich euch hier natürlich nicht nennen. Den könnt ihr euch aber so ein bisschen gedanklich mal vorstellen, denn 193 kWh Akkuleistung, die will natürlich auch bezahlt werden. Wenn ihr wirklich Interesse habt, zum Beispiel für euer Unternehmen, für die Tankstelle, für ein Event und so weiter, fragt einfach bei LED an. Die Kollegen von mir, die werden euch da sicherlich gerne weiterhelfen, um zu gucken, inwiefern ihr dann an eine Flexpol kommt. Vielleicht auch nur zeitweise als Mietgerät oder so weiter. Aber da gibt es sicherlich Lösungen, da können wir drüber reden. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, dann gerne direkt ihr unten in die Kommentare. Das kennt ihr schon. Und ja, damit verabschiede ich mich jetzt hier aus Kopenhagen vom ID.Buzz Event. Da sind sie. Alle stehen sie da und hat mir viel Spaß gemacht. Wie gesagt, Elli ist auch vor Ort, bringt die flexible Lademöglichkeit mit, damit die Fahrzeuge hier auch alle geladen werden können. Flexpol heißt das Ganze. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bin raus. Bis zum nächsten Video. Denkt dran, Daumen hoch, Daumen runter, bei Daumen runter immer bitte in die Kommentare, warum. Ansonsten abonniert den Kanal und bis demnächst. Ciao. Ciao.